Yes! Warum sage ich Yes? Weil ich zu viel habe. Rapstar für TV. Mary Jetsch. Show. Razor the Tazard. Muzzles. Hulk. Hero. Like Frank Zane. Ja, ich bin im Universum. Element One. Also Teil 1. Verstehst du? Der Razor the Tazard ist immer. So, mein Satz ist vollendet. Und dann ist das von mir Intentivhabern, mein Richtiggesetz, natürlich ein Satz, also ein Content, der in dem Gesamtcontent ist. Zum Beispiel das Record, der in dem Gesamtcontent ist, etc. Weil wir da haben gesetzt. Was da steht und was dazu steht, ist richtig kompliziert, kann man dann. In dem Gesamtcontent. Ich, ja, was mein Richtiggesetz ist. Ja, das ist ein Mann. Yes! Muscles! Yes! Training! Das war's. Das war's.